wieder mit einem neuen video in diesem video haben wir hier bin ich auf einer map mit ganz vielen musik blöcke und wir probieren also ich probiere den tanz zu erraten der typ hier gebaut hat hier ich guck nach oben dass ihr den code sieht könnt ruhig hier auch mal sein also oben über mein skin sieht ja das youtube naki 67 ist nicht der code aber dieses iphone ist der code ja hier fängig mit an beim ersten also falls ihr jemanden kennt der das auch mal genau auf dieser gemacht hat schreibt es in den kommentaren probiert ihn zu erraten ich weiß es geschmeidige moose ja das ist wirklich nice gemacht ja dieser ist es also geschmeidige moose merkt man der andere erde locker ist ja irgendwo noch zahnseite locker diesen feiere ich den kenn ich sogar hier ich weiß nur den namen auf englisch live in large ja ich kenne den jaja den weiß ich auch also ich will auch kein lücken sein jungen dieser ist jetzt direkt tanz schritte ich will es mir noch mal zu geil ja das baut aber bis jetzt habe ich alle was habe ich gesagt zahnseite was habe ich gesagt zahnseite nur ein bisschen falsch hat er gebraucht aber es geht jetzt hier ich habe ich auch auf dem anderen kommt ja denn 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 ja zu krank ich kann das nur wegen rettet die welt weil ich wollte polny damals getanzt hat junge es war knapp mit mir okay sind wir loser tanz loser merkt man dann hier halt Frisch will er, wenn auf deutsch. Warte. Ja ok, haben wir verstanden. So, erst das. Das weiß ich nicht. Als ob. Ich weiß den Ernsthaft nicht. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr den weißt. Ich hab gar keine Ahnung. Irgendwas kann es sein. Das ist dieser. Nein. Es ist fertig. Leider ja. Also ich zeig euch, was mir am besten gefallen hat. Das ist hier dieser, was ich keine Ahnung, als ob man bauen kann. Das ist dieser und ich weiß gar nicht, was der Name vom Tanz ist. Vielleicht Zahnsalbe? Nein. Ich weiß. Das ist. Das ist die andere Version von dem. Und dann Schritte. Warte. Sag mir nicht, ich hab recht. Ich bin zu schlau, wenn ich das weiß. Ich bin zu schlau, wenn ich das weiß, was ich nicht verletze. Jetzt nicht der. Der Bies ist voll hier anders. Schade, Marmelade. Warte, ich mach mal gleich ein Rennen. Wenn das Fertige ist, ich probiere das im Rennen. Okay, er kann gut bauen. Oh, schade. Kann man ein bisschen kaputt machen. Ein bisschen 90s. Er ist ihre Mann. Wenn das fertig ist, kann man ein bisschen bauen. Falls dieses Video euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo. Wenn ihr es noch mal macht, lasst ihr ein Like da, dann mache ich noch ein Teil 2 von dem. Also von Gäste Dance. Und so, ja. Warte. Kleine Bühne bauen. Tschüss. Und tschüss. 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 Tschüss.